Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal, meine lieben Freunde. Wir sind in FNCS wieder angelangt. Wir haben wieder das System und es ist ein bisschen abgeändert, dazu sage ich jetzt was. Alle können teilnehmen, das ist die erste Runde. Danach qualifizieren sich, glaube ich, die Top 2000. Dann die Top 1000, das ist jetzt diese Runde. Und dann nur die Top 50, das heißt wir haben eine finale Lobby für den Sonntag, was übel geil ist. Meiner Meinung nach, dafür schon mal Ws rein. Das ist das FNCS Prinzip. Wir haben zwei Wochen Action. Danach kommen natürlich auch nochmal die Upper und Lower Brackets. Und dann qualifizieren sich die Leute dann für FNCS. Eine krasse Sache ist passiert. Man braucht ja natürlich wieder Serious Points, um sich für FNCS Finale zu qualifizieren. Mali Buka ist nicht qual für die Top 1000, er ist 1000 Zweiter geworden. Das heißt er muss nächste Woche in die Finals kommen und dort wahrscheinlich sogar Top 20 Plätzen, damit er überhaupt mit dabei sein kann. Und dann viel Spaß jetzt mit den Highlights abfahren. Ja, das geht Families Club. FNCS Finale! Flopper! Ichsighin machen Tag. Ich kann doch immer weg! Ich doch fix die Money kgic, dass hier! Niceer Play. dimulsieken. Oh, ich Bastanny Warne im Land! Du musst mich helfen. Ich bin moinig, ich bin moinig. Du musst du mir helfen. Du musst mir helfen. Ich kannst mich helfen. Keine Mats, keine Mats, keine Mats. Das kann halt der absolute Hero-Play gewesen sein, aber es kann auch in GG's gewesen sein, chat Ich glaube, ich glaube, wir können uns da, da Ich connecte, ich connecte Die werden von vorne, ja Wir werden von vorne, du musst bauen, du musst bauen, du musst bauen Ich hab null, ich hab null Du musst bauen, du musst bauen, äh, ich hab null, ich hab null Wir müssen reinlaufen Wir müssen reinlaufen War abseits, 3-0 Schon bei mir für den nächsten Buddy, den du siehst, Alex Wer ist denn alles bei Spanien-Kroatien in der Gruppe? Wir werden so geile Fußball-Talks, jetzt werden FNCS haben und so Ich schau auf die da, die Ja, gespielt, gespielt Ja, gespielt, gespielt Italien und Albanien Boah, das ist ne Todesgruppe 100 28 28 nochmal Tschüss, tschüss Okay, ich geh hoch, hier hoch Möbelz, Möbelz, Möbelz Nice, nice Hinter dir, hinter dir Hinter dir 100 Oh, Reset Ja, ich bin noch fein, ich bin noch fein Ich bin noch fein Mit der Shotgun Mit jeder anderen Shotgun hätte er ihn nicht gold Ich bin ohne, ich bin oben Gatekeepers Komm, komm, komm Ich hab auch epic gesagt Schießt, schießt Schießt, schießt Ich muss rechts auch Ich, ich jinxes 13 Kilogramm Haben sie schon mal Das geht hoch und die sind steckt Nicht runter Ich kenne die Runde Die Komme auch die Komme Ich denkst es Ich denkst es ist mir egal Ich bin noch ein Das ist komplett illegal Wenn man das zählt Ja, ja Ja, ja Ich hab ein 200 Warum rausnehmen ist gefühlt die beste Schocker Ich geh rein und geh weg Nein, nein, nein Aber wir sterben nicht Die droppen Die droppen Ich sterbe Wir müssen runter, ich hab auch keinen Heeloff Wir müssen runter Ist egal, ist egal Dann Leute insommen Das geht nicht zum Heeloff Wir killen Das wird nicht heeloffen Die full top of low round, Digga Wenn es 2B2 ist, dann gehen wir runter Dead Ja, nice Einer ist Outstorm Schau mir frei 100 Dead Höhen Lenny Der letzte Song Der letzte Song Oh mein Gott Hier liegen mein Katz Hier liegen mein Katz Oh mein Gott Warte mal bitte Kannst du markieren bitte Genau da Genau da Genau da Genau da auf Matte Oh mein Gott Geil Fucking shit Digga Nice, 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 nice Da hab ich jetzt den Chat für mein Sohn jetzt auch mal Was ist denn mit Flichi und Viko los? Aber das habe ich von vornherein gesagt, ne? Ich sag eh schon immer Chat Ich sag eh schon immer Man braucht eigentlich Man braucht gar kein IGL mehr Was? Oben hin? Wenn man einen Coach hat oder so Man hat zwei gute Fragger, dann ist das the key Dead, hab ein Flichi ist da jetzt IGL 100 Aber brauchst du ja nicht sein, wenn du absoluter Slayer bist Oh mein Gott, wie er den One pumpt Alter Alter, guck mal wie er wegläuft Ist der dumm Dead Nice, GGs Krank 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 Er rett sich weg Er rett sich weg Er rett sich weg Er rett sich weg Er kommt hin zur Er kommt hin zur Er popp lässt sich jetzt hier Auf mein Markt Er hat nicht Es ist krank, 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 krank. Also Vico und Flicky, zwei absolut kranke Slayer, die so gut miteinander spielen, Chat. In der Runde zwei hatten sie sogar eine 53er-Bomb. Hier rein, oder? Hier durch einfach. Digga, so lächerlich. Digga, dieses scheiß Litro, ne? Digga, dieses scheiß Litro, Chat. Wirklich, das ist viel zu OP, das Item. Einzige Chat, wenn das viel zu viel ist. Rechts, rechts, rechts. Da war noch ein Fusher Frist. Oh, da ist noch rechts was. Oh, Bills, oh, Bills. Ja, ich warte. Hold in, hold in, hold in, hold in. Da ist einer. Ach, ich. 90 Uhr, da hab ich ihn, ich bin der, ich bin der. Ich hab zwei Mets, zwei Mets, zwei Mets, die nehmen die. Spiele early, Spiele early oder so. 300 Mets, hier. Ich bin's nicht drauf. Was raus? Spiele early, hier laufen. So verplacements. Ich glaube, wenn wir Mets geht. Hier ist noch mal Loot, hier ist Mets, hier ist Mets. Oh, Gis. Er geht halt durch die Wand für die drei Mad-Kids, der Gegner. Boah, 58 Punkte. Crazy schreibt. Nein, 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 nein. Nein, nein, ich bin es stehen. Das wird kein Sieg. Das war ein Solo. Noms off, cringe ist aufgegangen. Die wollen sich jetzt alle konzentrieren, Chat. Ey, ich sag's nochmal. Und ich kann's jetzt nochmal klipp und klar sagen. Jeder, der sich heute nicht für die Top 50 qualt, wird nächste Woche so einen Druck haben, weil er sich nicht quallen, also quallen wird. 100%. Boah, so viele Mets, so viele Mets, so viele Mets. Was macht er da? Warum? W-Kita immer noch. Bro, die haben schon 30 Kills. Er soll mal chillen. Aber weißt du, ob Chapter 2 wieder kommt? Also es wird auf jeden Fall ein OG kommen und höchstwahrscheinlich ist es ja Chapter 2. Aber. Oh mein Gott, Digga, diese Kills. Oh mein Gott. Bro, wie kann Tini das alles überleben? Ja, okay. GG's. Ich sag's euch jetzt nochmal. Und ich sag euch, ist klipp und klar. Epic Games wird jetzt eh demnächst einfach irgendeinen Move bringen, damit einfach viele Leute wieder Fortnite spielen. Klost. Irgendwas werden sie machen. Oh nein. Boah. Nice. No. Capmats. Ah. Hals Maul. Wenn das durchgeht. Hals Maul. What the fuck? Top 6. Please saw this. Wie holt er das? Top 6. Neun Leute live. Ist schon ein bisschen W wert gerade. Oh mein Gott. Halt das Madkit nicht mitgenommen. Capmats, Capmats. Schade. Egal, Top 4. Bro, wie kann er Top 4 hier rausholen? Und die sind immer noch traurig. Dann gleich einfach ne Box, Alex. Du hast eh nix anders mehr. Ja, das war gut. Amor's Coffee isn't baby. Boah, bis in Cyphe, Mads. Sehr gut. Alter. Alter. 2 Finishes. Da liegt alles, bro. Da, da, da. Madcap, Madcap. Nice, Madcap. Egal, Scheiß. Auf die. Lauf einfach durch. Ja, das ist ja gut. Sehr gut, sehr gut. Alter, okay. Capmats. Tabis Reitender, chat. Tabis Reitender. Er bleibt in seiner Kone. Top 5. Nur Solos. Außer 1 Duo. 1 Duo. Runter droppen. Ich hab Mates verstanden. Komm mal bitte einen ab. Komm mal bitte einen ab. Der ist runter. Unnötig, was, 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 was. Aber den hatte ich wanted. Der war erneut. Es ist nicht unnötig. Die Worte auf jeden Fall. Refresh. Ich hab' da, ich hab' da, holst du. Okay, wir müssen gleich mit dir. Wieder hoch, wieder hoch. Weit hoch. Lass mal, wie probierst du, komm, 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 komm. Wen dann? 40, um hier an. Rob, Rob Nitsch. Rob Nitsch ist so ein typischer. Ist bei einfach alles. Lass dich irgendwie was anderes kommen. Er kriegt sie auch nicht dahinten. Warum schießt er auf die? Die brauchen Refresh, die brauchen nicht sowas. Erko, erst mal. Komm, 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 follow me, follow me. Ich schaff's nicht zu dir, gerade. Ich wohne weg, ich lebe. Hast du, hast du mit? Kommt, kommt jemand. 100. Bis zum, komm her. Eines Name ist wild. Wie passiert, wie passiert, wie passiert. Aber er hat das schon mal gemacht. Komm, 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 raus, raus, raus. Ich hab' einen Nitron, aber das kann ich nicht wissen. Hier, ja. Okay. Ich muss jetzt zubauen. Will auch sterben, sag ich. Alter, Schalker, danke für die 35. Ich hab' kein Nitron mehr, deswegen. Super Spiel, Digga. Super Spiel, Mams. Mach mal jetzt, geht's vielleicht, ja? Bin schon dabei. Wie lachst du noch? Eins. Das war's gleich. Da kommt er nicht mehr hoch. Das GGs. Hast du irgendwas gehabt? Ich sag' Top 11. Für so ne Runde Top 11. Was ist das? Dafür, dass es den Berg hoch ging, haben sie ziemlich wenig Points gemacht. Tatsächlich. Top Reicht, runter, Reicht, weiter. Die, komm mit dir. Keine Hartz. Mach gut, mach gut. Hier, 2, 2, 3. Ja, 13. Ich sag' jetzt, mit eines der besten Duos, die wir gerade haben. Deren Kommunikation, deren AIM, deren, deren alles gerade stimmt einfach. Ich sag' jetzt, die wollen hier tappen. Und, also, beide. Dank, krank, 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 krank. Ich muss mit dem Metz gepappen, ich muss mit dem Metz gepappen. Tap ahead. Über dir. Oder was? Da ist ja noch. Was? 150, das? Wird irgendwo hingemacht. Was ist das denn? Ich hab'lö, ich hab'l Matt, ich hab'l Matt. Mit dem, bei'n Matt. Ich muss mit dem Metz gepappen. Ich muss mit dem Metz gepappen. Du musst holen für mich. Ich schau' dir, ich schau' dir. Da haben sieben Welt, Becker. Über dir, über dir. Danke. Alles gute Frage. Danke. Danke. Das ist wirklich nahezu perfekt, was wir da machen. Nice. 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 Du hast die Metz. Du hast die Metz, du hast die Metz. Du hast die Metz, du hast die Metz, du hast die Metz. Hier, Metz, Cola, zwei Cola, zwei Cola, zwei Metz und Cola. Ja, ein Metz und zwei Cola. Kann dafür. Erinnern nicht. Ja, du kriegst die Cola, ich glaub' ich auch nicht. So, ich bin ehrlich, oder? Nee, ich hab'l nicht. Ich bin Metz. Ich glaub' du kriegst die Cola nicht durch, oder? Nee. Kriegst er nicht. Oh, aber egal. Zweiter Platz. Urlaub, Yalla. Nein, Bro. Ist FNCS. Geht nicht. Ich kann Urlaub im Oktober machen. Da ist nix los in Fortnite zum Beispiel. Äh. Ich kann Urlaub ein bisschen im August machen. Das würde alles gehen. Oh, die machen 26 Kills. Die letzte Runde davor haben sie auch schon 30 gemacht, Top 4. hier. Ich komm'n, ich komm'n. Ich komm'n. Ich komm'n. Du hier, schau'n wir können. Schau'n wir können. Schau'n wir können. Halt. Halt. Halt da. Wie kann man denn so aufräumen? Halt. Halt. Halt da? Halt da? 31 Kills. Sechs Leute. Ey, die rasieren halt Top 1000, glaube ich, als wäre das so. Weiß ich nicht. Cash Cup, Solo Cash Cup oder so. Halt? 1,590. Dank. Lil'Greed, Dank für den Prime und Kilian mit dem 26. Ein Duo noch drin. Letzter Solo. Ich komm'n für den Kill, ich komm'n für den Kill, okay? Ja. Wir sind aus. Letzter ist der Solo. Warte mal, 39 Killwin? Ja, ja. Video ist in den Chat, Baby. Ich bin der letzte Controllerspieler, der eine Europameisterschaft gewonnen hat. Der erste war Carmo und der letzte bin ich. Ich werd' das Riesen so unter die Nase halten, ne? Wow. Ich war heute zu Gast bei Magenta, bei den Calcius und den Gurks. Haben uns das Spiel reingezogen. Schweiz gegen... Wo war da? Warte. Digis. Einer noch. Bauern, Madgis. Äh, Schweiz gegen Ungarn. Ist hier die deutsche Gruppe. Gestern war ich beim Deutschlandspiel. Jetzt bin ich deswegen in Berlin und fliegt morgen früh wieder nach, äh, nach Köln. Tini löst sich dieses FNCS ab. Können wir sehen. Letzte Season 2. Ewiger 2. Platz. So was wie gestern oder so. Das war wieder so ein Tag, das hätte ich einfach gerne mit dir noch erlebt, mit Celle noch erlebt, weißt du? Ja, voll. So sind wir geil. Komm schon mal, komm schon mal. Ich weiß nicht warum, aber ich vermisse dich ab und zu, Digga. Kleinen Quatsch. Na, da ist gar glazing. Na, im Real Talk, Ted. Und wenn er da ist, dann kann ich gar nicht der hässlichste im Raum sein, so bisschen. Okay, er ist so krass. Also, Mare ist der Beste oder so. Mare ist der Beste. Digga, er macht zwölf Kills solo im Lowground und hat alles aufgeräumt. Na, GG's. Naja, komm. Digga, die spielen so gut zusammen. Mate wird gesprayt, der andere geht direkt preschern. Komm, komm, komm. Komm mal. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Für Bucks, 80, 100. Nein, 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 nein. Ja. Hä? Digga, bei denen sieht das so aus, als wären das alle so kleine Dings, so kleine Bots. Ja, Bro, das ist krank. Die sind so ahead auf den allen. Top 1000 Spieler. Top 1000 Spieler, Digga. Die laufen da so durch, dass Windiger Zone was mit ihren Wii U anspielen. Naja. Komm, komm. Ich finde, du solltest, wenn du so eingezogen bist, so mal drei Wochen nicht rausgehen und sonst Sabaton alles machen. Ich mach, ich mach Dings safe. Wer ist das? Äh. Ich mach der Win Challenge mit Honeypoo. Jemand hat gestern bei mir bei Instagram geschrieben unter dem Bild. Komm, 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 komm. Ich hör nur die Hälfte. Hallo? Ja, hallo. Jemand hat bei mir bei Instagram unter dem Bild kommentiert. Er muss aufpassen, dass du Jürgen Klops Freunde nicht lässt. Ach so, ja, check, check, check. Die Leute sind so verblendet, ne? Oh, 2 als Italien. It's Italia. Wenn die die Runde gewinnen sind, die Calls. Dann haben sie noch eine Stunde zu spielen. Ja, okay, komm. Und qualt. We are already qualt, I guess. We are already qualt, I guess. Nice! Macht nicht einfach nur Mut, Chat. Warte mal! Mariskao ist qualt? Er hat sich noch vor Reason und Videl gequalt. Luca, danke für die 27. 22. 22 Kills haben sie ja. Boah. Top 8. Ja, die sie qualt. Gigi. Wir lachen alle über Saris und Mann gilt. Äh, 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 Dings. Ey, das ist was meine. Wir lachen die ganze Zeit über die. Aber die sind halt die, die quollen, ne? Das sind halt die, die quollen, ne? 17 Kills davon nur Marius. Dann muss ich hier hin. Okay. Jetzt sind sie offiziell qualt sogar. Ne. Ah, es ist Gigi's. 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 Diesen Qualtz. W ist rein da. Marius und Sange, Chat. W ist rein. Top 50 qualifiziert sich nur. Top 250 kriegt Series Points. Und wir gehen rein. Boah. Yannis und Pixi Chat. Die Jungs sind, äh, am Grinden. Erster Platz. Die sind qualt. Teeny, Bambini und Chap auf der 2. Drew und Asa auf der 3. Alter. Drei deutschsprachige. Guck mal hier. Guck mal Yannis. Zweiter, Zweiter, Erster, Erster. Und jeweils fast nur 20 und 30 Bombs. Geil. Geil, 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 geil. Teeny, Bambini auch sogar mit einer 40er zwischendrin. Die machen das alle viel zu krass. Hier, dann haben wir noch. Aqua und Noah, Rayleigh, Chat. Die auch qualifiziert sind für morgen. Axe Force. Dann haben wir Marius, Kuh und Sange, Gild. Jeeps und Turtle. Auch die nächsten Deutschen. Auch gut gegrindet. Akira, Kontrollerspieler auf PS5. Eyedrop ist Qualled. Kick-Duo und Nepp sind Qualled. Grinch und Volko. Stream ausgemacht. Zweimal erster Platz geholt. W's in the chat, Baby. W's in the chat. Vortex und Glubschi. Auch nochmal Qualled. Pico war 20 da. Ah, lol. Pico. Auch Qualled. Der Sohn. Das ist der Sohn. Suisi und Vaniak sind Qualled. Klar, unsere FNCS-Sieger. Oh, und jetzt wird's eng. Baba-Fin-Prime-Chat. Qualled mit 354 Punkten. Malibooker. Bro, die haben erst viel später angefangen. Zweimal aufspawn tot und sind dann nur noch auf High-Kills gegangen, ne? Die sind einfach Qualled. Wir haben am Anfang des Infos gesagt, die waren nicht Qualled, weil sie 1.000 Zweiter waren. Haben sehr viele Leute banen lassen und konnten dann noch spielen. Drift-FNBR, der Schatten von Dietrichs. Was?! Aras und Süley. Die sind Qualled. Steckes GG. Trulex und Chico. Nochmal Deutsche. Und Fnayan und Della. Und das war's. Madara nicht Qualled. Cheaten und Grippy. Ist das ein Bruch? Bro, die haben 8 Punkte gebraucht. Boah, fast Ruki. Ey, die müssen alle Quallen nächste Woche, Chat. Chat. Gucken wir aber Top 250 einmal komplett durch. Wer alle Serious Points mitgenommen hat. Kami und Seti sind für morgen nicht Qualled. Ist mir gar nicht aufgefallen. Warte mal. Thomas, HD und Quisi auch nicht. Vardial und Reason auch nicht. Chat. Vardial und Reason kriegen zumindest Serious Points. Die müssen nächste Woche Quallen. Ansonsten bist du nicht bei FNCS dabei, ne? By the way. Dann müsst ihr Bescheid wissen, Chat. Noms auch nicht Qualled. Beweis, dass die Season sehr random ist. Ja, wenn Kami und Seti nicht Quallen, dann schon, ja. Viras und Cherry auch nicht Qualled. Bro, es sind sehr, sehr viele absolute Tier Ones nicht Qualled. Ich bin schwarz-weiß. Ich seh alles nur in Farben. Nie mehr Hard Times. Ja, ich lerne aus meinem Versagen. Sag die Wahrheit. Musste alles hier ertragen. Nie mehr Hard Times. Hard Times.